Der Achtsamkeitstimer Der Achtsamkeitstimer wurde speziell für die Achtsamkeitspraxis entwickelt, zum Beispiel MBSR. Achtsamkeitsübungen schaffen neue Möglichkeiten gegen Stress, Angst, Depression, Wut und andere Zustände. Der Achtsamkeitstimer ist für alle Gelegenheiten einsetzbar, die für eine bestimmte Dauer Achtsamkeit und Konzentration erfordern, ohne von Gedanken an das Ende der Sitzung abgelenkt zu werden. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Klänge. Der Achtsamkeitstimer ist ein schönes Objekt auf dem Schreibtisch und in Ihrer Wohnung, wo der beruhigende Klang Ihnen hilft, die Einzigartigkeit des gegenwärtigen Moments zu spüren. Der sanfte Gong hilft, trotz der vielen unaufhörlichen Ablenkungen gegenwärtig und bewusst zu bleiben. Vier verschiedene Klänge stehen zur Auswahl. Mit Countdown und Intervallfunktion. Ein schönes Deko-Objekt. Jetzt kaufen unter www.ognamo-versand.de